Da wird das Update gemacht, ne? Meinst du jetzt von deiner Grafiekarte? Hm. Ja. Fack, ich hätte ja einstellen müssen. Ach, die ist jetzt noch nie fertig. Nee, Alter, ich erkenne ja gar nichts. Ach, weißt du was? Dann spielen wir ja mal auf einem Level. Alter, ich sehe ja nichts. Das ist alles Matsch. Ach, sie kommen im Club? Alter, ich sehe nicht mehr nicht viel. Jetzt, die aufgeploppt hast hier vorne, Alter. Ja, da weiß man, wie ich spiele seit... seit vier Stunden gestern. Alter, das ist ja krank, ey. Warte mal. Was, jetzt mit Leuten? Nö. Boah, schieße ich mal keinen ab. Ach, das hat sich alles komplett umgestellt. Shit, Alter, ich erkenne nichts. Ich bin wirklich komisch. So müssen wir auf den Scheiße. Ach so, ja, okay. Hast du noch beide umgelegen müssen? Ja. Ach, weg natzen, ey. Ach, weg natzen, ey. Wir schießen bei der Ecke noch. Ja, genau. Noch nie. Boah, ich spiele die Stange. Meine Frage, weil du heute schon umgeguckt hast. Kann ich eigentlich auch das umstellen, dass ich zum Beispiel das Messer auf die 2 krieg? Weißt du das? Ähm, das kannst du umstellen. Ähm, das musst du aber im Dingsmenü machen. Okay, freut mich echt Bescheid. Da musst du ein bisschen hin und herrutschen, das Zeug. Ach so, auf die 2, das weiß ich nicht, ob es geht. Da musst du schon bei der Steuerung was ändern. Okay, alles gut. Okay, alles gut. Ja, tut das. Ähm, das war mir gelackt. Das ist übrigens jetzt wie Sau, ey. Scheiße. Ah. Also. Wird auf mich. Weiter nach vorne. Ähm. Okay. Ach diese Leck? Das ist ja die Aune. Cool, ich erkenne nichts, wer uns weckt. Oh, erkennst du nichts, äh? Doch, ich schätze, ey. Schreckbar. Oh, passiert. Sicher, dass er da nun spielt? Doch, doch, denke ich schon. So ungewohnt im Vergleich zu gestern. Na, das stimmt. Das stimmt. Ich will verstanden, weil du die Maus. Ich hab meine schon umgestellt von dieser Empfindlichkeit. Ja, meine ist zu träge. Aber... Wieso haben wir alles komplett umgestellt? Ich will das auch nie. Zombie ist auf dich Akku. Hast echt? Nee, doch noch nie. Okay. Okay, ein Hinweis da drin ist. Okay, ein Hinweis da drin ist. Das ist gerade bei mir von der aufgeplopft. Könnte das im Internet liegen? Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, das ist keine gute Runde, du. Ist ja jetzt keine schlimme Situation bis jetzt. Ist ja jetzt keine schlimme Situation bis jetzt. Wir kriegen von 100. Hörter. Alter. Hörter. Wo wollen wir hin? Ach so, warte. Ja, gehen wir hier das im Osten. Oh, Katze. Was ist im Osten? Im Osten ist eins. Ach gut. Hm? Wir müssen aber außen rum, oder? Komm und nun. Achtung, Pferd. Schießen Sie, Tobi. Habs gehört. Warum fährt? Was? Hast du die Schlüssel gehört? Nein. Es fährt. Das sieht man nicht. Ich bin ein Schwert. Na ja, krass. Hörter. Ach, komm doch. Hörter. Fangen wir uns irgendwie, oder? Tun wir noch schwer mit dem Deuten hier in dem Spiel. Alles erst. Nein. Nein. Ja, ich habe den Daumen. Ach, komm doch mal. Okay, ich hab das. Ach, besser. Ach, besser. Mach. Ach. Mach, besser. Ach, besser. war ich ausgefahren? achso das ist wieder geschossen vorne sind die Runde was ist denn da los? Mr. Petty, was ist denn da los? Mr. Petty, was ist denn da los? Mr. Petty, was ist denn da los? ah ok, soll ich das verwaschen? gut verwaschen alter er hat ja noch ein großes Gewehr auf jeden Fall er hat ja noch nicht zu helfen stimmt und das ist ein Hinweis, hier war noch welchen aber er hat ja noch nicht zu helfen der Ich hoffe es nun Okay, Tobi, also wir können uns auf jeden Fall drauf einstellen, da wo wir hingehen, da ist es Sinn wäre schon Jawohl Schuss, Katze, hau ab Ach, hast du aber das Problem? Nee, der will ja nicht schmusen, der will nur an so'n scheiß Faden kommen, der vor mir an und wieder liegt Geil Ist ja viel cooler so'n Karten Ich hab ihn Oh, erste Etage Ich hab ihn getroffen Scheiße, ich hab ihn gebraucht Ausatmen Ein Gericht Urmen Ihr Gehen Gott Scheiße Ich fuh sein Undett Sch정을 Ich fuh sein Ich fuh sein Ich fuh sein Schrauben Wir sind Wir sind Ja, das ist doch nicht mehr. Scheiße. Das macht ganz einfach Ruhe. Tauke ist ein bisschen roter. Hattest du noch geschossen gehabt oder wurdest du geschossen? Äh ne, ich wurde nicht geschossen Haben die die Viecher dich geklickt oder was? Ja die Viecher Na ich komm mal Nichts, wurde eh nicht aufgekommen oder irgendwie Okay, okay So, wie ist er noch? Oh, richtig? Keine Deckung zu mir wegen der heilen Wäschel? Ne, ist fast voll Ist der oben da liegt noch? Der erste Etage meinst du? Ja, hab schön geschossen und da war noch einer mit so... Kleidung sag ich mal Ja Ich versuche mal von links ein bisschen rein zu gehen Ja Ah, die kämpfe gegen den Ja Die ist richtig kacke jetzt mal angreifen noch Bevor wir irgendwo was rennen Ich versuche aber nicht mehr Ob das irgendein ist vielleicht? Ich bin auf der Wecht Ich versuche nicht mehr Hilfe nicht mehr Ich versuche nicht mehr Da haben wir vor, wo wir den Jena erschossen haben. Jena ist gestorben da drin? Wenn du willst, können wir reingehen und probieren. Oh, was für eine schreckliche Treppe, ey. Oh, was für eine schreckliche Treppe, ey. Jetzt kommen wir auf den Schalter mal. Na ja, da kommt der noch. Haben wir ihn getroffen? Gut. Halt mir gleich, du. Ich hab den Armbrust. Können wir von hinten drin mal gucken? Weil ich jetzt spekuliere, dass er rauskommt und hier in der Herre. Ne, leider nicht. Wie tut er das? Nein. Nummer 1. Ah, das ist nicht so klein. Ja, das ist nicht so klein. Ich besitze dich noch auf jeden Fall. Ich habe noch das Tote jetzt noch auf jeden Fall. Null. Halt mir. Halt nicht. Man kann nicht. Er ist tot. Wie hab ich getötet? Boah. Was war der Kino? Alter, ist der Lust für mich. Ah, das wirst du nur wirst reichen. Was war ich? Das war's für spät. Oh, jetzt ist die Schuss. Ok, also eine Leiche liegt hier, die können wir losen. Wie liegt der? Oder die? Ah, der hat den Unschalter im Verkauf. Ah, ok. Und dann war ich hier noch einer. Ah, hier auch. Da liegt die zwei, oder? Ja. Aber eh noch fehlt. Eh, fehlt. Nee, Quatsch, das sind ja alle vier. Und draußen haben wir überlegt. Ja. Hast du Schotten gekriegt? Ja, weil jetzt gerade lag. Ich glaube. Puh, ja. Bäh, ich bin weggefallen. Ja, ja. Wir wollen mir kurz Texto Qualität auf Mitteln mal gucken. Na, woher? Wenn es einen Unterschied macht. Ich hab immer einpushen mit dem, die ich hier vorhin so rum probiert hatte. Ähm, offline eben. Da wurde es echt gesmoothed, die ganze Zeit bei 8, und jetzt mit 1 mal hin. Hm, ok, macht keinen Unterschied. Was ich jetzt so interessant finde, jetzt habe ich einen Speicherverbrauch von 6 GB und 8 GB. Und da habe ich ja alles hier auf den Niedrig eingefasst. Ok, das ist ja jetzt schon was. Ich freue mich, wie das bei dir noch. Keine Zurscheiß. Zurscheiß, als ich es runtergestaltet habe, noch eine schlechteren FPS als zuvor noch. Das ist Mist. Ich kann sagen, die haben stehen, habe ich nicht getroffen, jetzt können wir nicht. Und hier, was wir auch machen können, wenn du eben kippst, was du siehst, leuchten alles. Ja. Weil du auf Bannung sitzt oben, wenn das da steht, das ist rot oder so. Ja. Da ist ein Gegner hier. So, kommen wir hin. Gott, hallo, ist weit belohend. Wollen wir da nach unten gehen? Klar. Äh. In die Richtung. Achso, sind wir welche? Wer ist? Nein. Sehr gut. Ok. Aber da verpassen wir uns schnell. Ob sie jetzt keine Orientierung hat. Ohhhh. Als wesentlichen Abgaben kann das sein? Das kann ich nicht beantworten. Ohhhh. Scheiße, das hat es bei mir gelackt. Beim Umgucken. Ohhhh. Und 5 Sekunden übrigens. Hast du nur ein bisschen was in der Sicht? In der Sicht? Ich verstehe schon wieder. Also hier, wo unten die 5 steht theoretisch. Unten die 5 steht? Nun links müsste eine 5 stehen. Ne, die 0. Also das Kästen-Ding? Ne, eigentlich das andere. Ne, das ist nicht für 5. Wenn du das auch gesammelt hast. Achso, die 5 Sekunden, die hab ich schon verbraucht. Achso, ah ok. Jetzt weiß ich was zu mir. Ich mach's immer so, ich drück immer. Du drückst immer kurz? Ähm, nur genau, ich drück immer kurz. Du mich dann so schnell drehen sagst, muss ich jetzt umgucken. Ich bin einfach, ob irgendwie so was ist. Ich will dem Glück ankommen hier raus, ey. Ah, Foultyp. Immer lieber Sacer. Ab Inc 3000 entsprechendest. Das habe ich keinen Blick Ah, wird das halt mal auch glück. Ich bin der Schrocken wegen der scheiß Zeit ey Quatsch, übelst vorrösen Nimm mal Tobi, sag mal an anderem Tauern Geil Wenn ich das Programm im Hintergrund laufen lassen, zum überprüfen, wer ist da? So müssen wir abdienen Okay, gerade von mir Etwas? Wenn ich das Auto schreibe, warum ist das? Ich nehme die Schnauhe mit den Schießen, oder? Ich bin immer noch gewohnt bei den Mai zu spielen, mit Ehe wo ich meine Türen öffnen Ja, kenn ich. Ich wollte schon wissen, jetzt sagst du, wenn ich wollen Was ist da irgendwo vor uns? Ist was denn morgen? In diesem Bereich auch. Wir rennen welche, ja, da drüben, glaube ich Nee, bei dir Ja Scheiße Hab dich mal erwischt Okay Scheiße, daneben Südöstlich 150 Bahn Okay, ich kümmere Copy? Okay, die sind eh auch nicht fixiert Okay, die sind eh auch nicht fixiert Okay, in Deckung Hab ihn, eh mal getroffen Scheiße Hab's ja Okay, die sind eh auch nicht fixiert Okay, ach, deine war's mit dem Nordkampf Okay, ach, deine war's mit dem Nordkampf Okay, den anderen Typen schicken wir hier im Wald erschossen Hm, ach, hier vorne Ach, du bist kein Klamotner, natürlich Hier ist ein, äh, nee, das ist ein Longhand, der ist die Wache Glauben, was das ist Soll auf jeden Fall teurer wird's sein wie unsern Na, da tauscht er ja die sein Oh Gott, nee, immer nicht Gibt's komisches Visier So, wo ist er jetzt hin? So drüben Du hast diese schon gelootet, ja Ja Okay Du hast aber gut gehört, du, dass wir nicht kommen Ja, das hat er oben gehört Wie ist er denn noch? Wie ist der Punkt? Ähm, ne, ich hab jetzt wieder vermisst gekillt Ach, dann war's bloß Ja, das ist ein Fliemer wieder dumm Wahn, ihr habt mich? Auf die Fliegerlöp-Schau Kann er auch klettern, oder? Wenn der Dicke hier kommt So, ich bin oben Jetzt Geht mal bewerfen, wenns geht Was, bewerfen? Hm Ich hoffe, das reicht Äh, okay Wende auf jeden Fall noch ein René mit, ja Wieso nicht gereicht? Mal gucken, ob schnell Lampen sind Nein, keine mehr Bist So, wo müssen wir jetzt hin überhaupt? Wir müssen jetzt theoretisch zum Schlachthaus, also hier unten wollen wir schon warnen, Tobi Da haben wir schon zwei hinweise Das ist von da, wo wir eigentlich jemanden waren Ja Ich habe das Gefühl, dass wir die Schritte sind, aber ich bin ja nicht sicher Kann möglich sein, ich bin... Nein, ich stehe... Nein, deswegen... Wohne Oh, ein Lampen Schon mal ein anzuzünden, den Typen Nein Oh, ich Nein, alles gut, ich dachte, da wären Spieler aus dem Zombie Wollen wir? Nicht... Schießen wir denn? Ähm, ja... Vor allem in den Südosten Eine Scheißposition, die wir haben So, wir gehen vorne raus Ja, Wunder Scheiße ... ... ... Wir sind jetzt vermies getriggert und hofft, nein. Nein, 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 nein. also ich seh niemanden leider so wo wir jetzt hingehen eigentlich Richtung Catfish Grove weil da muss theoretisch irgendwo ein Hinweis sein theoretisch wir haben hier vorne so wenig im Westen gleich so im Westen ist so ein Hinweis hier vorne bei uns ich bin jetzt hier wieder bei den Hunden ich tue gerade versuchen langzuschleichen wenns geht nur weil da ist unser Hinweis vorbeischleichen gegen andere Winder zweitlich ok ach da hinten ach ah ok das war uns so wesentlich scheiße egal ansonsten können wir hier vorne mit der Abklappung gehen die steht jetzt hier nur Huft schon geför alles da jawohl 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 let's wer wag w w w w Das war's für heute. 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 heute Das muss immer nicht aufholen sein. Ja, ich seh ihn. Ein Ränder im Wasser. Da hinten. Oh, nee. Ich bin jetzt genau beim Empfängnis hinten lang. Hab mir immer geträumt. Hm, tatsächlich, wir können es fertilisieren, du. Hm, die rennen durch. Ach, ärgerlich. Das haben wir verkackt, du. Oh, die rennen voll durch. Auch ein bisschen, ey. Hm, die rennen voll schon. Hast du das wieder auch schon? Ich meine, entweder du und die anderen noch abfangen, oder? Keine Ahnung. War es zu weit. Ja. Ich würde mir warten auf die Hungen oben. Ich meinte, da wollen wir doch gut sein. Nee, nein. Ich bin ein Gerichtespieler, nee. Ich bin ein Gerichtspieler. Ich bin ein Gerichtspieler. Ich bin ein Gerichtspieler. Wieso bin ich der das? Ich hab nicht zu viel weg gesteckt. Na, geh mal hin, hab zu viel gebildet am Anfang. Geh mal hin. Na ja, klasse, hab ich geschossen, Alter. Nur wir zusammen, nur wir zusammen. Bis zum nächsten Mal.